Hey, mein Hübschen und willkommen zum Kochdonnerstag in Anführungsstrichen heute. Und ja, heute machen wir diese leckeren Eggmuffins. Wir benötigen einmal so eine Toast Patties, dann Bacon, Ei und Käse. Zuallererst müssen wir die natürlich toasten. Das sollte ganz einfach sein. Wer keinen Toaster hat, dann kann man da auch mal schnell auf die Pfanne hauen. Überhaupt kein Problem. Dann müsst ihr natürlich Ei anbraten. Dann Spiegelei, Bacon und dann könnt ihr eure Patties mit, ja, entweder Butter oder Remoulade oder sonst irgendwelchen Soßen beschmieren. Dann kommt das Ei rauf, was ihr natürlich gewürzt habt mit Salz und Pfeffer, Käse und Bacon. Und dann seid ihr auch schon fertig. Ich finde, es ist super cool. Ich habe die damals immer bei McDonalds gegessen, aber da esse ich nun mal nicht mehr. Und ja, das ist mein Ersatz dafür. Meine kleine Kreation. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, nächste Woche sehen wir uns dann wieder zum Kochdonnerstag. Dieses Mal dann ohne Anführungsstriche. Und ja, also, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknuddelt. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.